Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ich möchte gerne aus die Schalobie zu fliegen. Also, ich bin zum Beispiel gerade am Boden. Glaub ich mal Fenster aufmachen? Wow! Okay, jetzt hängen wir an der Luft. Sollen wir schon durch? Nein, fast. Nochmal bergab. Oh! Ja, es ist Koop-Dees! Was ist das? Ja, ich habe schon ein paar Fotos. Aussteigen, schieben! Oh Gott! Das ist wie bei der Autobahn fahren. Okay, das ist echt wie bei der Autobahn. Oh Gott! Okay, jetzt sind sie wohl! Oh Gott!